Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Hello, 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 what's poppin'? Herzlich willkommen zu einem neuen XXL Druckerie Haul. Ich war bei Rossmann und bin dann doch nochmal kurz zu DM reingehüpft, um die aktuellen Neuheiten, die ich euch neulich gezeigt habe, auch nochmal hier zu kaufen, um sie wirklich zu testen. Wir haben spannende Skincare, wir haben spannende Produkte aus dem Make-Up-Bereich. Ich glaube, einen riesengroßen Flop und ich bin gespannt, was ihr zu diesem Haul sagt. Ich freue mich, dass ihr mit dabei seid und hoffe, es geht euch gut. Falls ihr neu seid und keine Hauls verpassen wollt, würde ich mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert und dem Video einen Daumen nach oben gebt, falls es euch gefällt. Und ich würde vorschlagen, wir verlieren gar keine Zeit und fangen direkt an. Ihr seht das, ich bin im Studio, ich habe ein bisschen Make-Up aufgelegt, ich habe gerade ein paar Reels gedreht, ich probiere so ein bisschen mehr Content zu machen endlich. Jetzt habe ich hier super viel Platz und ich habe eine neue Motivation bekommen und ihr habt es wahrscheinlich in den letzten Videos gesehen, dass viele vorgedreht waren und natürlich das thematisch auch vielleicht nicht ganz so aktuell war. Deswegen sorry, jetzt sind wir hier im Studio, wir haben super viel Platz und ich habe eine neue Motivation gefunden, Videos für euch zu drehen und das möchte ich natürlich auch gleich umsetzen, um so ein bisschen über das Sommerloch durchzukommen. Ich habe eine große Tüte, ich habe insgesamt bei Rossmann 19,10 Euro ausgegeben, habe 10% mit dem Coupon, 10% gespart und habe bei Aral, Aral, DM, bei DM 58,20 Euro ausgegeben. Nun gut, habe aber 319 Payback-Punkte gemacht. Ich bin so eine kleine Payback-Maus. Ich habe, muss ich euch kurz erzählen, Freunde, wenn ihr Payback nicht kennt, ich habe neulich einen Akkubohrer von Bosch mit meinen Payback-Punkten bekommen. Das hat mich sehr glücklich gemacht. Wir fangen an. Und zwar hat Isana ein neues Duschgier rausgebracht, eine Cremedusche. Ich mag die Limited Editions ja wirklich sehr, sehr gerne. Sie riechen gut, sie sind für zwischendurch immer völlig in Ordnung und bei dem Preis kann man nichts sagen. Da sind 300ml drin, es ist hergestellt in der EU, es ist vegan und es ist pH-hautneutral angeblich. Es riecht extrem frisch. So ein bisschen in die Pfirsige-Hibiskus-Richtung, so heißt die Limited Edition auch, sieht tatsächlich auch einfach wirklich schön aus. Und ich weiß nicht, im Moment bin ich so ein bisschen auf dem Dufttrip wieder, dass ich das mag, wenn ich viel Gartenarbeit gemacht habe und dann so schmutzig bin mit der ganzen Erde und dem ganzen Schlamm an den Händen. In eine Dusche zu gehen und danach zu riechen wie ein Blumenbeet. Finde ich persönlich immer ganz, 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 ganz toll und dafür sind die völlig in Ordnung, egal ob von Isana oder von Balea. Dann habe ich hier die Golden Glow Augengelpads mitgenommen. Die sollen besonders ergiebig sein und eine Premium-Qualität haben. Multi-Effekt, reduziert Augenringe und Schwellungen, mehr Feuchtigkeit und Ausstrahlung. Da bin ich sehr gespannt. Ich weiß gar nicht, ob ich es je richtig kommuniziert habe, aber die meisten Augenpads, die ich benutze, sind entweder von Hau Cosmetics oder von Annemarie Börlind und Farina Opoku, Novalana Love. Die Dinger sind schweineteuer. Da kosten sechs Stück, ich glaube, 26 Euro. Und ganz ehrlich, es gibt im Moment andere Prioritäten, als 26 Euro für Augenpads auszugeben. Deswegen dachte ich mir, probieren wir einfach mal die. Auch die sind verhältnismäßig teuer. Das sind jetzt die von Scherbens. Vielleicht sind die aber wie so ein kleines Tube dazu. Was ich mir noch mal mitgenommen habe, ist von Asam die Coco Moisture After Sun Maske. Das sind hier diese kleinen Sachets. Denn ich fahre mit Danny in den nächsten Tagen noch mal kurz für ein, zwei Tage weg an die Ostsee und ich wollte einfach ein bisschen Gepäck sparen und habe mir die kleine Tube noch mal mitgenommen, diese kleinen Sachets. Denn ich habe es euch neulich schon mal vorgestellt, die am Asam Sun Reihe ist phänomenal gut. Ich habe hier die Coco Moisture After Sun Maske. Die ist mittlerweile auch fast leer. Das ist der Wahnsinn. Das ist wie so ein Gel, wie so ein Wackelpudding. Hat eine super, super schöne Textur. Riecht gut und versorgt die Haut so krass mit Feuchtigkeit. Das ist wirklich, wirklich unglaublich. Die ganze Sun Reihe ist übrigens extrem gut. Also ich habe euch ja auch neulich den Lichtschutzfaktor in 50 gezeigt. Auch der ist mittlerweile mein absoluter Favorit geworden für den Alltag. Denn der hat Lichtschutzfaktor 50 UVA und UVB und der weißelt nicht, selbst wenn ihr viel benutzt. Ich gebe jetzt nur mal ein bisschen, weil ich natürlich jetzt Make-up drauf habe und nicht so viel Produkt verschwenden möchte. Auch der hat keinen eigenen Duft oder keinen extra beduftet, sondern er riecht einfach nach Sonnencreme. Und er zieht extrem gut ein. Ich reibe ihn mir mal schnell in die Hand ein und ihr seht es, er hinterlässt keinen weißen Film. Hier steht auch extra nochmal drauf, dass er im Gesicht und am Körper anwendbar ist. Hoher Sofort-UV-Schutz. Die ganze M.A.SAM Sun Reihe ist phänomenal gut. Ich packe euch unten mal einen Link in die Infobox. Schaut da unbedingt mal vorbei. Wenn ihr, gerade wenn ihr zu wirklich trockener Haut neigt, unabhängig ob ihr in die Sonne geht oder nicht, die Kokomoische Aftersun Maske ist phänomenal, phänomenal gut. Und sie funktioniert tatsächlich sogar auch als Primer. Ich hatte nämlich neulich, hatte ich vergessen, mich abzuwaschen. Habe einfach mein Make-up drüber gemacht, weil die Maske so schön in meine Haut eingezogen ist. Das sah so, so gut aus. Ich habe einen A.SAM Rabatt-Code bekommen. Damit könnt ihr ein bisschen was sparen. Alle Informationen sind unten in der Infobox. Große, große Empfehlung. Der Code gilt natürlich auf alles. Nicht nur auf die Sun Reihe, aber das ist nochmal so eine Empfehlung von mir. Gerade, weil wir jetzt wirklich diese extremen Temperaturen haben. Dann durfte mit von Altera. Und ich glaube, das ist das erste Altera-Produkt, was ich seit Jahren gekauft habe. Das ist ein Pulvershampoo mit Bio-Lotus-Blüte. Kommt in so einer Aluminium-Verpackung. Ich habe es auch noch nicht aufgemacht oder gerochen. Riecht okay. So ein bisschen natürlich halt. Das soll ein Shampoo ohne Wasser sein. Hashtag Safe Water. Wir verzichten auf den Zusatz von Wasser als Inhaltsstoff. Was ziemlich spannend sein kann. Denn wenn ihr euch die Incis von Produkten anschaut, ist meistens als allererstes Wasser mit drin. Hier Wasser. Hier Aqua. Wasser. Wasser ist einer der beliebtesten Füllstoffe oder der wichtigsten Füllstoffe im Prinzip, um Kosmetik herzustellen. Aber das Problem ist erstmal Wasserverschwendung oder unnötigen Wasserverbrauch, wenn wir eh duschen. Wisst ihr, was ich meine? Und dann, und das finde ich ziemlich spannend, spart man extremes Gewicht an Shipment. Also wenn ihr die Produkte von A nach B versendet, kann mehr versendet werden zu weniger CO2-Emissionen. Eine ziemlich, ziemlich clevere Sache. Und das ist für jedes Haar gedacht. Naturkosmetik. Haar durch milde und pflanzliche Tenside werden gereinigt. Nicht lässt ein gutes, zauberhaftes Haargefühl hinterher. Da bin ich super gespannt. Wenn ihr Produkte schon getestet habt, dann schreibt mir das unbedingt einmal in die Kommentare. Vielleicht habt ihr ja dazu schon eine Meinung. Finde ich sehr, sehr spannend. Und ich bin der festen Überzeugung, dass das auch die Zukunft von Produkten ist. Dann habe ich etwas mitgenommen. Von Balea. Einen Sonnenschutz für die Haare. Für sonnenstrapaziertes Haar. Ich arbeite im Moment ja sehr, sehr viel hier im Garten. Einfach, um den auf so ein Level zu kriegen, dass es schön ist. Und da habe ich meistens keine Mütze auf. Ich habe mittlerweile recht lange Haare bekommen. Und die sind durch die Sonne und durch das Wetter und alles ziemlich, ziemlich spröde geworden. Und das soll die Haare vor Sonneneinstrahlung, Chlor und Salzwasser schützen. Ist auch jetzt vielleicht gerade wirklich etwas... Riecht auch gut. Riecht wie Sonnencreme. Um einfach so ein bisschen für den Sommerurlaub gewappnet zu sein. Hier werde ich euch auch ein Update zu geben. Probieren wir mal aus. So eine besonders leistungsstarke Formel haben. Gut schütteln, ins feuchte Haar aufsprühen und nicht ausspülen. Okay. Klingt spannend. Hier ist sogar Keratin mit drin. Klingt sehr, 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 sehr spannend. Update folgt. Dann haben mir echt viele von euch geschrieben, dass ich unbedingt die neue Judith Williams Long Lasting Foundation austesten soll. Die hat eine besonders hohe Deckkraft. Ist wasserfest. Und hat einen Tragekomfort. Ich habe jetzt hier die Farbe 02 Medium. Das war auch die einzige, die bei mir vor Ort war. Wir wissen es alle, die Shade Range von Judith Williams ist schlecht. Aber die Foundation fühlte sich auf dem Handrücken zumindest sehr, sehr gut an. Die hatte ich euch neulich in meinem Drogerie-Update einmal gezeigt. Auch die werdet ihr hier in einem YouTube-Video sehen, wenn ihr das wollt. Ich gucke mal. Ich glaube, ich habe noch ein paar unbenutzte Judith Williams Produkte hier. Vielleicht machen wir dann Full Face Judith Williams. Bin ich sehr, sehr gespannt. Und soll 24 Stunden halten. Ich glaube, das wird ein ziemlicher Flop. Und zwar habe ich ein Video gesehen, wo eine TikTokerin ein Puder benutzt hat. Das neue Infallible 24 Hours Fresh Wear Matte Bronzer. Das ist ein Puder. Und sie hat da ein Spray reingesprüht und hat daraus ein Cream Bronzer gemacht. Und angeblich soll der genau dafür gemacht worden sein. Ich habe es vorhin mal probiert. Einfach um zu testen. Sagen wir so. Ich bin gespannt, wie es im Video wird, wenn wir das Ganze nochmal live mitfilmen. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, drückt mal auf die Glocke, dass ihr das mitbekommt. Klingt spannend. Er fühlt sich ohne Wasser sehr, 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 sehr gut an. Und ist auch recht teuer. Also so 13 Euro für einen Bronzer aus der Drogerie. Aber das könnte entweder ein totaler Flop oder das Produkt 2022 werden. Was ebenfalls mitdurfte, sind auch hier von Scherbens die Glam and Shine Augengelpads mit einer neuen Länge, die etwas länger sind. Mit Glow-Effekt. Spenden Feuchtigkeit und Ausstrahlung und benutzen Augenringe und Schwellungen. Das sind wahrscheinlich dieselben, wie die in Gold, nur halt in Silber. Auch hier keine Ahnung, wie die sind. Ich habe noch nie Scherbens Augenmasken ausprobiert. Die werden wir testen. Und dann kriegt ihr hier bei Instagram wahrscheinlich ein Update oder so. Aber ein Euro ist schon, ja schon habe ich. Im Vergleich zu den anderen halt. Was immer mit muss, sind die Isana Feuchtücher. Die liegen hier immer bei mir im Schminktisch. Ich mache niemals mein Make-up damit weg. Niemals im Gesicht. Außer, wenn ich mich an den Augen vielleicht ein bisschen verschminkt habe. Oder wenn ich Swatches an den Händen habe. Oder, wofür die auch sehr gut sind, sind, um die Make-up-Produkte zu reinigen. Ja, das löst natürlich immer so ein bisschen so alte Foundation-Reste am Flakon. Oder einfach, um mal schnell den Lippenstift zu wechseln oder so, sind die in Ordnung. Aber zum kompletten Abschminken würde ich sie nicht benutzen. Ein Back-up-Muslimit, das ist der Sprühkleber. Das ist wirklich das beste Haarspray für Herren, würde ich fast sagen. Weil sie wirklich einen krassen Halt machen. Also sie verkleben auch und sie halten dann auch den ganzen Tag. Wenn ich mir mit meinem Dyson so ein paar Wellen in die Haare mache und dann das Bauchsprühe halten, die vier Wochen, die locken. Also richtig, richtig gut. Es ist ein bisschen teurer, aber es hält mittlerweile bei mir auch recht lange, weil ich nicht mehr so viel benutze. Weil ich gefühlt 20 andere Produkte schon in meinen Haaren habe. Ich kaufe das seit, glaube ich, seitdem es auf dem Markt ist, kaufe ich das hier und das ist phänomenal. Skincare durfte selbstverständlich auch mit. Und da habe ich bei Isana Beauty Drops gefunden. Einmal mit Niacinamiden, 5% für jeden Hauttyp. Die sollen einen strahlenden, schönen, ebenmäßigen Tag hervorrufen. Dann durfte einmal die Hyaluron Drops mit. Die sind für einen strahlend schönen und samtweich erfrischten Tag. Und zu guter Letzt die Kollagen Beauty Drops. Auch die haben 3,99 Euro gekostet und sollen einen strahlend schönen, straffen Tag hinterlassen. Ich habe sie schon benutzt. First Impression war ziemlich gut. Preis-Leistungs-Verhältnis ist völlig in Ordnung gewesen. Aber ihr werdet, vielleicht habt ihr es schon gesehen. Auf YouTube, nee Quatsch, auf Instagram. Ein Reel dazu sehen. Sehen halt ganz süß aus. Ich mag das ja. Das ist für unterwegs, ist das immer ganz gut, wenn man jetzt vielleicht doch mal in Urlaub fährt oder so. Die sind zwar jetzt aus Plastik, nicht aus Glas. Aber für zwischendrin könnte das vielleicht gar nicht schlecht sein. Hier haben wir ein Deo. Und Deos habe ich tatsächlich lange keine anderen mehr gekauft. Ich habe immer, ihr wisst es, dieses Darth Man Plus Care Deo gekauft. Ich liebe den Duft. Aber Garnier hat ein Magnesium Ultra Dry Deo rausgebracht. Magnesium ist jetzt das neue Aluminium irgendwie, was halt schützen soll. 0% Alkohol, antitranspirant. Langanhaltender Schutz vor Achselnässe. Riecht pudrig. Riecht so ein bisschen nach einem Garnier Deo halt. Ich glaube, dass ich Roll-Ons, ich kombiniere gerne Deos. Erstmal ein Roll-On und dann mit dem Spray meistens. Wobei, eigentlich ist Quatsch. Ich stinke nicht. Ich schwitze nicht so stark unter den Armen und ich stinke auch nicht. Ich probiere das aber mal aus. Es soll 33% weniger Plastik auch haben. Auch die Verpackung sieht tatsächlich ein bisschen anders aus als früher. Finde ich spannend. Mit 48 Stunden langanhaltenden Schutz. Vielleicht habt ihr das ja schon getestet. Schreibt gerne mal eure Review für mich und für die Mädels und Jungs aus der Community in die Kommentare. Dann durfte noch das einfach nur fürs Sammlerherz aus der Essence Sweet as a Shell oder Cute as a Shell dieser Lippenwahl mit. Der kommt in so einer süßen Muschelverpackung. Sieht wirklich, wirklich süß aus. Riecht jetzt erstmal nach nichts und hat einfach so ein paar Glitzerpartikel mit drin. Ich hatte es nicht geschafft, zeitlich ein Video dazu zu drehen. Aber ich dachte mir, das ist eigentlich wirklich ganz süß. Vielleicht für ein kleines Reel oder für ein TikTok oder so. Was ich persönlich aber super spannend fand, auch wirklich selber. Und das ist recht selten, dass mich persönlich ein Produkt anspricht, um es nur für mich zu kaufen, ohne dafür, dass ich ein Video damit extra machen möchte. Das ist hier die Cute as a Shell Blush Lighter. Sieht einmal so aus. Ich liebe ja dieses transparente Design. Und da haben wir einen Highlighter und einen Blush mit drin. Sieht super, super süß aus. Ich fand die komplette Konvektion generell sehr, sehr schön. Optisch, wie gesagt, durch den Umzug leider zeitlich einfach nicht geschafft. Aber das fand ich persönlich für mich eigentlich ganz süß. Wollen wir es mal ausprobieren? Kommt, wir probieren es aus. Geh hier rein. Oh, gut Farbe ab. Dann haben wir hier von Isana, auch das soll neu sein, eine Soforthilfe Haarkur mit Keratin. Die soll mit hochwertigem Keratin sein, eine Stärkung der Haarstruktur, Pflegeelastizität und Geschmeidigkeit und ohne Silikone sein. Ist so ein Sachet, da sind 20 Milliliter drin. Also da kann man wirklich ein paar Anwendungen, wenn man kurze Haare hat, mitmachen. Bei langen Haaren, denke ich, eine Anwendung kriegt man da locker raus. Gerade auch jetzt im Sommer, so die Haare zu schützen, das vergessen wir tatsächlich auch. Wir schützen mit den Asam-Produkten unser Gesicht, wir schützen unseren Körper, aber die Haare meistens ja recht selten. Und deswegen probieren wir das auch in den nächsten Tagen mal in der Dusche aus. Und zu guter Letzt habe ich hier noch von Manhattan einen Lasting Perfection 16-Hour Liquid Lipstick mitgenommen. Der hat auf der einen Seite eine Liquid Lipstick-Seite. Riecht sehr, sehr gut, so ein bisschen wie die Kylie-Produkte. Und auf der anderen Seite diesen Lip-Barm, der die Lippen versiegeln soll. Und ich mag diese Kombination aus den Produkten eigentlich sehr gerne. Auch gerade jetzt im Sommer wieder, wenn es wirklich heiß ist und wir vielleicht auch mal ein Eis essen oder eine Wassermelone. Und dann schmiert das alles so im Gesicht rum. Dafür sind diese doppelseitigen Liquid Lipsticks immer sehr, sehr gut. Und das war es tatsächlich auch von meinem kleinen Drogerie XXL Drossmann und DM-Hall. Ich bin gespannt, welche Produkte ihr diesen Monat gekauft habt. Schaut unbedingt bei Asam vorbei. Da könnt ihr mit meinem Code noch einige sparen. Wirklich große Empfehlung für diese Kogomeusche Aftersun-Maske und die 50er Sonnenschutzcreme. Perfekt für die heißen Tage. Schützt bitte eure Haut und pflegt eure Haut mit Sachen, die sie jetzt brauchen. Feuchtigkeit und Sonnenschutz. Große Empfehlung. Alle Infos sind für euch unten in der Infobox. Ich bedanke mich, dass ihr heute mit dabei wart und würde vorschlagen, wir sehen uns ganz bald hier wieder. Tschüss!